Woa! Woa! Okay. Oh! Guck mal, wo wir sind! Okay, warte mal. Das war, wir sind da oben runter und dann doppelt runter. Ja, ja, ja. Okay, okay. Und jetzt sind wir hier hin. Seele. Nice. Meine Flakons sind echt bad, ne? Ich muss irgendwann gucken, dass ich die aufsteige. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So. Das ist ein Blutfleck. Das ist ja schon mal geil. Dann ist es wieder so ein scheiß Drache. Okay. Die beten da was an. Sind das diese komischen Typis da? Fuck, dieser dumme Drache, ey. Ich sag's euch. Okay, ich weiß nicht, ob das so so komische Typis sind, die da... Nein, was passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ist das laut. Was ist das für eine Scheiße hier? Schnell, geh da hoch. Geh da hoch. Geh da hoch, du Trottelkind. Das sind die fucking Besudelungsdinger. Ja, komm doch. Scheiße. Okay, das sind die Besudelungsdinger. Aber, ich weiß, dass die gesagt haben, dass die Fläschchen, die Feuerfläschchen gut sind gegen Monstrositäten. Schmeißen wir die jetzt da drauf. Oh mein Gott. Der namenlose Ritter. The Doom Slayer. Nice. Ach, kleine Titanen-Scherbe gedünst. Sehr gut, sehr gut. Ja, das erste Mal haben wir den kind of geskippt, weil wir den direkt gekillt haben. Warte mal, irgendwie ist Game-Sound auch ein bisschen zu laut, weil... Ich hab da meine Szene so leise, dann sind die Sounds auch so leise. Weil wir den nämlich so schnell gekillt haben. Ach so, ja. Stimmt, das wollte ich gestern schon gemacht haben. Äh, Sekunde. Also, erstens kann die Zahl woanders hin. Einfach hier hinpacken. Und das andere kommt auch woanders hin. Und das andere kommt auch woanders hin. So. So. Jetzt stört's gar nicht, glaube ich. Hoffe ich. So. Jetzt stört's gar nicht, glaube ich. Das hier gefällt mir sehr gut. Weil, wenn ihr euch erinnert an Elden Ring, waren wir ja auch überall auf den Dächern unterwegs. Hab grad Angst gehabt, dass mich hier was runterschmeißt. Oh. Das ist ein Boss oder so. Guck dir den Typ hier an. Das ist doch kein normaler Mob. Irgendwas glitzert. Oh. Boah. Das ist so ein fucking Ding. Ah. Junge. Kruder Edelstein. Okay, ich weiß nicht. War für irgendein Upgrade. Das ist wie in den Elden Ringels. Haben die auch geklaut von Elden Ringels. Okay. Boah, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, das ist viel zu hoch. Alter. Das geht hier überall noch hin. Okay, wartet mal. Aber hier war alles okay. Außer, dass der so abgammelt da. Kind of. Wir müssen aber nachher nochmal da runter. Und zu dem Drachen. Na egal. Gehen wir erstmal hier lang, würde ich sagen. Oder? Oder was meint ihr? Ja, ich glaub schon. Hm. Das gefällt mir nicht, dass wir hier runter gesprungen sind. Boah, da ist ja auch noch so ein fucking Hund, alter. Hä? Was? Was ist passiert? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Das hab ich nicht verstanden. Wieso sind wir gestorben? Bin ich auf die Waffe gefallen oder was? Da ist irgendwas schief gelaufen. Irgendwas ist schief gelaufen. Ich weiß nicht so genau was, aber irgendwas ist schief gelaufen. Ich glaub wir sind in die Waffe gefallen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Kann man denn in die Waffe fallen? Äh. Äh. Oh shit, was ist das für ne Scheiße, Alter. Was ist das denn, Junge? Doch nicht mal der Loot ist freundlich in diesem scheiß Spiel oder was? Junge! Geh mir aus den Augen! Was ist denn das für ne Scheiße? Was ist denn das für ne Scheiße? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hält so. Doch nicht mal der Loot ist hier umsonst. Doch nicht mal der Loot ist hier umsonst. Also wir haben irgendwas bekommen. Äh. Abgründige Streit-Axt. Macht Dunkel-Damage. Ist auch Strength-Attribut. Okay, okay, okay. Boah, sieht auch geil aus, muss ich sagen. Ah, ich hab nen Damage-Buff. Cool. Ja, der Loot wehrt sich tatsächlich. Das ist ja richtig dumm. Toll. Jetzt kann ich ab jetzt an, jede einzelne Kiste in diesem Spiel darf ich jetzt anschlagen vorher. Ja, aber das ist ja voll scheiße, Alter. Ah. Ja, das tut auch noch Damage. Warte mal, hier bin ich safe, glaub ich, oder? Hello. Ah. Nice. Okay, okay, okay. Nochmal. Oh, come on. Ich bin dead, glaub ich. Die Claymore. Die haben ne Claymore gefunden. Ich bin jetzt fucking gegrillt, Junge. Ah, geh da runter, Junge. Oh, wir sind doch nicht, wir sind am Leben. Ja, das ist ja klar. Das ist wie bei Elden Ringels. Am Fuße der Burgen sind immer nur so komische Fuck-Viecher drin, ey. Aber ist das, meint ihr das brennt? Oh ja, dies. Oh, meine Ausdauer, ey. Ah, fuck. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Okay, okay. Locker bleiben. Locker bleiben. Ja, gut. Das macht keinen Damage. Ui. Das war bad. Okay, ausgewichen. Okay, okay, okay. Unser Window. Unser Window. So. Weg. Ich weiß nicht, ob es unser Window ist. Ich sag das nur so. Aber. Immer wenn die so Special Attacks machen, diese fetten Kackviecher, dann ist immer gute Möglichkeit. Let's go. Let's go. Haha. Ja. Die Claymore. Richtig Bock drauf, den jetzt hier so wegzuschießen. Das ist doch irgendwie ganz easy. Easy. Boah. Ich mein, macht nicht viel Damage, aber schon. Also neun mal dreißig sind schon mal viel. Oh, ich überleg gerade auch darunter. Ne, ne, ne. Das lassen wir. Hier. Ich lande vor ihm mit einem HP, weil ich irgendwie mich dabei verletze und dann tritt er mich und ich bin dead. Ich find's geil, dass man Armbrüste in den Souls Games so nachlädt. Guck mal wie viel Zeugs hier gibt. Guck mal, der ist gleich schon halb dead. Moin Marzel. Wir haben ne Claymore gelootet. Und dann mussten wir zwei Level machen und kurz farmen, damit wir die Werte für die Claymore haben. Und dann hab ich eben nen Boss besiegt. Aber ich kann hier nicht sagen, wie der hieß. Habe ich vergessen. Weiß gar nicht, hatte der überhaupt nen Namen? Shit, ey. Und jetzt schießen wir so nen Typen, den wir noch nicht besiegt haben, aber... Oh mein Gott, ich bin so blöd. Okay, es bleibt auf jeden Fall noch HP übrig, um ihn normal einmal anzugreifen. Weil ich ziemlich schrottig hier mit meinen Dingern umgegangen bin. Okay. Okay. Das war jetzt so kind of so naja la la. Oh mein Gott, ich musste erst nachladen. Das wäre eigentlich gut, wenn ich den anvisieren könnte, um ihm so ne schwarze Feuerbombe rein schmeißen könnte. Ich aber nicht. Wenn ich die jetzt werfe einfach so. War schade. Gut. Dann müssen wir es wohl normal machen. Ach ne, hier ging es runter. Okay. Es sieht so aus, als... Na ja. Okay. Sag mal, hat der Typ allein diese ganzen Typis hier fertig gemacht? Ui, 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 ui. Wir gehen jetzt her an. Und jetzt hauen wir ihn kaputt. Let's go! Hahaha! Feint, okay. Hier ist Boss-Area. Aber ohne Flaskus und so ist halt scheiße. Hinterteil? Warte mal, was hat er gesagt? Hinterteil voraus. Hinterteil. Versucht angreifen, aber Loch. Oh shit, Alter. Was ist das für ein... Oh shit. Aber Loch, was für ein Loch. Hm. Aber Loch Battle. Ne, ich hab, äh, ich hab mit Souls-Games und überhaupt Controller-Games nur mit, äh, erst angefangen mit Elden Ringles. Ich hab vorher das noch nie gespielt. Also eigentlich ganz... Der hat eine blaue... Ist das ein NPC? Sehr fein voraus. Hm. Der sieht besonders aus. Ich brauch auf jeden Fall Flaskus-Dinger und so. Ich bin... Ich will jetzt nicht sterben. Und was ist das hier? Hier ist auch... Oh mein Gott. Was ist das für eine Scheiße? Ah, ich halte es nicht aus. Äh, ist das Freund oder ist das Feind hier? Ich trau mich nicht reinzugehen. Geht die Tür zu und dann ist... Aber das sieht aus wie ein... Das sieht aber wirklich aus wie ein MP... Äh, obwohl... Ne, das ist überall Blut. Das ist überall Blut. Abort-Schiff. Äh... Weiß ich nicht. Das ist richtig scheiße. Ich hab ne Claymore! Wenn du was tust, spitze ich dich auf. Ey, spieße ich dich auf, meine ich. Vorsicht vor Prinzessin? Geschafft! Na gut. Was willst du? Okay, die Tür ist offen. Wir können auch wegrennen. Okay. Okay. Kleines Banner von Lothric. Das Loch. Ein Achievement! Der blaue Pfad! Wir sind ein Schlumpf! Alter, ey! Es ist doch... Genau da hinten... Bestimmt da durch. Ist das jetzt ein Riesenhund, oder was? Toll. Und jetzt irgendeinen Schrott bekommen? Hm. Ey, guck uns kurz den Raum noch an. Cool sieht's hier aus. Alter, ist aber ein bisschen dunkel, ne? Das ganze Kirchengestühl hier. Ja, ich würd gern Elden Ringels auch nochmal neu erleben wollen. Das wär cool. Aber es geht halt leider nicht. Toll, und ich hab jetzt hier nix bekommen. Oh, da ist ne Leiter! Ja gut, die kann man nur von oben wahrscheinlich runter treten. Das heißt, wir kommen hier irgendwann nochmal rein. Und deswegen sind wahrscheinlich hier auch viele Blutflecken. Na gut. Na gut. Oh, fuck. Ui, ich bin dead. Fuck. Ich bin dead. Wir nehmen einfach, äh... Boah. Nein! Der ist hier... Der ist hier wirklich ätzend. Ui. Du hast ein... OP-Schwert, du kleiner Lümmel, ey. Let's go! Werd einfach weggerackt, Junge. Ich hatte zu viel Respekt vor dir. Aber wer lacht jetzt? Geh weg einfach. Haha. Let's go! Okay, wir haben leider Buffs benutzt. Aber naja, okay. Alter, ist jetzt ein... Einen Buff weg. Zero Gnades! Oh Gott, ich hab Angst. Oh, wie ist die denn? Boah, sonst buff ich mich für nix. Scheiße. Oh, doch! Hoho! Der Helm, wie der sich umdreht. Was ist das hier? Haha. Oh nein, was ist jetzt los? Alter, was ist das denn? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ach! Warum immer so groß? Aber eigentlich ist das Blitzverzauberung jetzt ideal. Zero Gnades! Let's go! Let's go! Fuck, du... ...knödelmistviech, ey. Oh. Uh 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 uh. Hier, Butthole. Doch nicht jetzt! Danke für den Zap. Okay. Was machst du? Fuck! Oh! Sei so bad. Hey, was ist los? Was machst du? Mit deinem scheiß Maul. Nein! Yes, let's go! Let's go! Oh mein Gott. Nein, nein. Nicht verkacken. Let's kill ihn, kill ihn, kill ihn. Hallo? Jawohl! Let's go! Let's go! Du kleiner Lullifosse. Kannst gar nichts, Junge. Let's go! Let's go! Let's go! Okay. Das mit dem Atem war... Das war richtig knapp, ey. Das war... Ich weiß nicht. Das hat bestimmt wehgetan. Das war jetzt schon ein bisschen... Das war jetzt sehr aufregend, fand ich am Ende. Weil ich hatte keine Flakons mehr. Ach ja! Das im Fallen! Das habe ich auch immer noch nicht gerafft, warum wir gestorben sind. Naja, komisch. Was? Tudu? Tudu? What the fuck is das? Mit dem Ding will ich nichts zu tun haben. Jetzt nimm deine Klebe und hack dem einfach in den Kopf. Oh shit. Da sind schon ein paar... Äh... Hallo? Hallo? Oh mein Gott Sind das Engel oder sind das Höllenengels oder sind das Ist das die Hölle oder was ist das für ein Shit Ich weiß nicht ob ich hier Wenn jetzt der Drache kommt bin ich mad Aber ich glaub nicht Es lebt noch einer Oh Oh Komm zu uns ins Hub Champion of Ash How does the idea of taking me into your service I was once a sorcerer Surely I can be of use Oh I should be dead Yet you have granted me purpose anew I, Yowl of Londor Is granted Boah Hier ist bestimmt so ein richtiger Bossfight Ey das sieht echt so aus Da Der war einst ein Magier Ein Magier Ich mein Glanzmann macht sich nicht viel aus Magie Magie ist für Schwächlinge Aber ich sag mal so Der kann da ein bisschen putzen Und der kann sich mit den anderen unterhalten Ich mein die sind ja mancher auch Die kriegen nachher noch schlechte Laune Oh shit das ist ja ein großer Typ Ah siehst du was ich mit deinen Fridolinus mach Was du lachst Ui Äh Oh shit Oh fuck Blut, 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 Blut Glaube ich Äh Äh Muss hier weg Ja Hehehe Ausgedacht Dummes Kind So bläulich Oh fuck Was ist das denn für ne Scheiße Alter Junge Man hat mir schon die Man hat mir schon die Kisten verdorben Und jetzt verdirbt man mir auch noch so Folterdinge oder was Nichts mehr kann man hier genießen ey Guck mal da ist der Lizard Ey Toll Und jetzt ist irgend so ein komischer Rosa Boy Was ist das denn für ne Scheiße Hä was ist das Wallbauer Boah was für ein Wallbauer Junge Ist das ein Spieler Ist das auch ein Spieler Die gibt's hier auch oder was Haha ich hab auch kein Life mehr Ja Wow Was soll das jetzt Ah fuck Ah fuck Oh mein Gott Dead Scheiße Scheiße Ach was Ach was Das hab ich auch nicht so gemeint Glaub ich auch nicht dass André sauer ist An Encounter An Encounter for the ages I hear the unkindled make for fine vessels Care to learn some pyromancies from this old man Most wise a chance encounter should not be squander to reiterate I am cornyx of the great swamp the pleasure is my Okay langsam wird es aber ein bisschen voll bei mir ne also wenn ich den alle Futter Nahrung mitbringen soll dann wird es aber brauche ich aber hier Unterhaltskosten